Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr glaubt, ihr habt was vergessen und ihr wisst nicht was? Ja, so war es bei mir. Und zwar Spüle. Machen wir. Wir spülen noch. Ich habe es vergessen. Wie gesagt, hänge ich gleich noch hier hinten dran. Und wir bekommen... Mhh... Crab Stiefel. So eine Scheiße. Wegen es geben die etwas Gold. Crab Stiefel. Wer das Ganze richtig erraten hat, werden wir sehen. Und zwar genau jetzt. Gewinner Nummer 1 ist der Spieleking. Yeah, Spieleking hat geschrieben Müllschuhe. Oh yeah, vor 5 Stunden. Weiter geht es mit den Leonard... Ja, das kann es auch richtig geschrieben. Hier der Leonard. Und als drittes der unaussprechliche. Und zwar... Oh, das ist ziemlich schwierig. Der... Mai... Maiarazna-Rui. Ist das Ganze richtig ausgesprochen? Oder heißt das irgendwie irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich bin zu blöd, das Ganze auszusprechen. Maiarazna-Rui. Maiarazna-Rui. Oder vielleicht auch... Maiarazna-Rui. Genau. Was ist das für eine Sprache? Polnisch vielleicht? Polnisch? Maiarazna-Rui. Das könnte Polnisch sein, auf jeden Fall. Muss sein Russisch, auf jeden Fall. Das könnte auch irgendwas mit Russisch sein. Russisch, denn Russisch, Alter, ist auch so voll nicht gescheße. Maiarazna-Rui. Penis im Kopf. Das war's soweit. Oh Gott, ey. Das war's mit Check the Fidget. Ich bin der Zuschauer und sage da mal, ihr wisst Bescheid, was? Und zwar... Schau, schau. Tschüss.